hallo und willkommen zurück zu let's play simcity im letzten part haben wir unsere in den letzten folgen unsere erste hochhäuser geklatscht auf jeden fall kann wird hier wieder haben wir frisches plastik irgendwie hat es ich gehe mal schnitt er tun mal neu starten irgendwie möchte das weder nicht so ganz ich weiß auch nicht wieso naja ja ich hätte immer ein paar abgehend von wundervoll nimmt die bevölkerung ab ich ihn bei diesem tag hat er gemeint haben wir nicht aufgenommen uns mit dem mikrofon anständigen und ich bin mit so ein paar steuern ich habe wieder ein paar tage nicht mehr gespielt die pläne noch fertig für dieses hauses können wir haben ja schon unser nächstes hochkommen hochhaus im baum hier oben können wir auch ich würde zwar lieber wenn ich ehrlich bin würde ich lieber hier neue grundstücke aufbauen wir fehlen aber allerdings nägel die haben wir aber wir produzieren gerade die nächsten nach weil nägel kann man nie genug haben die wollten auch mal nägeln du brauchst plastik 1 2 3 4 ich habe mich ja verrechnet das letzte mal so die können wir noch aufbauen du und du ich stelle mir trotzdem mal hier nach hinten so gibt es hier in der stu hier die kleinen häuschen wollen aufbauen zum glück habe ich einmal wasch einmal gut sondern hat messbänder gemacht und was wollte denn noch auch eisen kann das sein so der bau der baut sich jetzt auch aus wir dürfen einfach nicht unter die 10.000 einwohner fallen sonst ist der fortschritt der in der letzten folge dahin geflossen so wir bauen in die unten nur dreifach plastik dann bauen wir zwei mal zwei ich habe gesagt zwei mal zwei eisen dann bauen wir hier holz und holz so die wollen auch ausbauen die brauchen einfach noch mehr plastik ich mag sie ich weiß nicht warum aber es ist so das ist schön ich habe die hier eingesammelt wir haben die teiler verkauft vorerst brauchen wir die noch nicht da würde ich sagen wir verkaufen ich sag mal einfach so gangstermäßig wir verticken das auch so hier unten das haben wir jetzt mit 20.000 das geht noch ein Weilchen bis wir 20.000 haben viel plastik brauchst du eins na gut eins kann ich einwilligen so du brauchst Bretter die ich kann mir auch mal aufbauen Levelaufstieg was wird denn jetzt freigeschaltet zeig mal Samen neue Produktion das ist noch alles das ist noch alles wo wird denn das freigeschaltet ich habe guck mal ah es ist ein Level auf Gosse ja da Abwasser ist Laden Früchte also kann man nur oh ok neue Verpackungen kann man nur leider nicht bauen langsam mache ich mir ein paar Sorgen wegen der Industrie wo wir können hier glaube ich gegenüber weil ich möchte eben nicht dass die Industrie hier ins Wohngebiet rein fließt meine Schwester hat hier mal angefangen war süß wenn sie mal irgendwie wütend auf mich dann ist einfach gelöscht da hat sie angefangen zu bauen da hat sie die Industrie mit ins Wohngebiet rein getan da da wurde sie in der harten Gebäude bedarf ist da hat sie sie hingebaut die Industrie war irgendwie voll süß dass ich es versucht habe wieder herzubauen jetzt fehlt gerade das Eisen das tut mir aber schon schön production machen einmal Messbänder einmal Hammer weil Hammer und Messbänder kann man beides immer gut gebrauchen die hier haben vorerst für sich genug ausgebaut es ist schon schön verkehrt hier auf den Straßen die Feuerwehr fährt auch gleich hoch hier du baust Eisen das bezahle ich nicht es freut mich dass die Stadt weiter wächst da super dass sie dich freut dass sie dich freust ja Steuern haben wir mittlerweile schon fast 4000 das ist immer eine bessere Anzahl an Steuern auf jeden Fall müssen wir ja Wunderzahl erhöhen natürlich es wird hier so um das nächste Wohnviertel gebaut dann würde ich gerne irgendwann die verbinden also eine Straße kann man immer bauen das ist das geringste Problem irgendwann möchte ich die dann verbinden und hier so ein großes Zentrum haben das Rathaus sobald wir hier dann drüben hier ein paar hier das Gebiet hier Gebiete freigeschaltet haben würde ich es gerne so hier Richtung Mieterei bauen irgendwie frage ich mich gerade gibt es keine so Spezialisierung so wo man so kann aber ich glaube nicht ne nö Gesundheit kleine Klinik oje Klinik Krankenhaus ach du meine Fetten auf jeden Fall werden wir aber zuerst mal noch bei denen die bleiben so weil ähm dat kann was schönes werden wenn wir dann 100 Kliniken brauchen obwohl da wenn man denn das möchte auch nicht weggehen irgendwie was was also da sind 300 ups einfach als ich ähm obwohl wenn man dann die Städte hier verbunden hat oder wir können ja schon mal eine Straße ziehen nach unten tötet jetzt niemand dann hoch und dann ziehen wir noch einmal hier so hoch hier hier der gibt's hier in zwei genau so so ich mach schon mal das Straßennetz so hier werden wir dann nachher weiter bauen hier wird dann die Stadt weiter rein wachsen die brauchen Bretter die können wir auch noch weiter ausbauen es gibt noch mehr Kohle jetzt habe ich die 40.000 so viel Geld hatte ich noch nie da hinten entstehen auch schon ehrlich gesagt schon die ersten paar größeren Häuser hier hinten was hier hinten fehlt die wollen auch ein Park hier hinten haben so da kommen die einen für 5.000 sagen wir müssen hier auch mal ein bisschen spendabler weil dann gibt es hier auch mehr Einboden so Entschuldigung so nee das Holz verkauf ich nicht hier brauch ich ja vier Plas jetzt habe ich irgendwo Plastik ausgegeben für das Messband boah ey wie holzköpfig kann man es denn wie ich kennt jemand das holzköpfige wie ich ich glaub es nicht so hier machen wir ein paar Samen die gehen noch 20 Minuten irgendwann wenn wir die brauchen definitiv wir kaufen hier mal alles ein nochmal und produzieren schon weiter weil ihr möchtet wahrscheinlich auch ein paar größere Häuser noch sehen die wir bauen aber ich kann euch nicht versprechen dass wir in jedem Part neue größere Häuser bauen neue höchere Häuser wie ihr es wollt auf jeden Fall haben wir jetzt hier gekauft bekommen wir 2x650 gibt auch ein bisschen Kassenzuschuss auf jeden Fall dass das wie wie